HÄÄH Den ersten Part könnt ihr euch angucken Der ist in der Playlist Die Playlist ist immer in der Beschreibung verlinkt Da also reingucken Und sonst gibt es eigentlich nicht viel zu sagen Keep your freedom Wir sind in einer Mention Und müssen irgendwie einen Schlüssel finden Um hier rauszukommen Denn wenn wir hier rauskommen Dann kommen wir aus dieser komischen Klinik In die wir normalerweise drin sind Irgendwie haben wir da so einen Pakt geschlossen mit dem Doktor Und beim letzten Mal Sind wir hier hochgegangen Und uns ist aufgefallen, dass der Elevator nicht geht Und das ist mir aufgefallen Dass ich diese Tür hier noch gar nicht angesehen habe Deswegen machen wir das jetzt mal Wir müssen jetzt ja down to the basement It leads to some sort of basement Ja, ich muss doch ins Basement Ja, aber ich glaube, da will man auch nicht runter Das stimmt schon Ähm Gut Das war jetzt gerade eigentlich meine einzige Idee Wie ich da runterkomme Hey Warte, wo kommt man denn hier nochmal Da Da hat man gesehen, ist kaputt Ja genau, das ist das Problem Das hier ist kaputt Wir werden hier ja wohl nicht runterspringen I need to find something to help me climb down Okay, das werden wir jetzt ja wohl mal irgendwo finden können Das wird jetzt ja glaube ich nicht das Problem sein Vielleicht sogar in der Tür da gegenüber Vielleicht hat das jetzt ja irgendwie ein Skript ausgelöst, dass diese Tür hier jetzt offen ist Who knows Nein Das ist definitiv nicht richtig Gut, ähm Ähm, wir müssen sowas wie eine Leiter finden Wo sind denn Leitern versteckt? Stellt euch vor, ihr wollt eine Leiter verstecken Wo würdet ihr eine Leiter verstecken? Ja, natürlich fragt man sich da Warum sollte ich eine Leiter verstecken? Ähm Fragt euch das einfach gar nicht Ihr tut es einfach Ähm Num 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 Ich glaube jetzt gerade auch einfach mal, dass Das nicht so ein Teil ist, was ich jetzt in mein Inventar stopfen kann Sondern, dass das wirklich hier irgendwo rumliegt Oi What the fuck Oh Gott Immer wenn ich so mache, hab ich so so ein Dreifachkin Oh, ihr könnt mir näher Äh, was ist denn? Hallo Okay Gut Ähm, Amnesia wird dann nämlich mit dieser Custom Story jetzt immer um 19 Uhr kommen Da könnt ihr euch drauf einstellen Um 19 Uhr wird immer diese wundervolle Custom Story zu sehen sein auf meinem Channel Deswegen, das ist auch so ein Ding, ähm Erstens, ich poste es ja immer bei Facebook, Twitter und wer das mag, Google Plus Aber Falls ihr nicht immer wisst, wann der neueste Part kommt Einfach immer merken 16.30 Uhr, The Last of Us 19 Uhr, Amnesia Manchmal kommt noch um 15 Uhr 14.30 Uhr, 15.30 Uhr Irgendwann dann in der Zeitschiene Kommt manchmal vielleicht noch Minecraft Ich hab da noch ein paar Aufnahmen von Trouble in Mineville oder Andere Aufnahmen Oh fuck, warum spiele ich diese Map Ich kacke mich doch jetzt schon ein Ich stuhle mich ein What was that sound? Irgendwie klang das, als ob irgendeiner der Ei What the fuck? Okay, this is not the key that Mr. Wilkinson Hierfür kann ich den nicht verwenden, aber hierfür dann wahrscheinlich Hallo Ich möchte sie jetzt ja nicht stören bei ihren abendlichen Papieren Anstalten Ach guck mal, wen haben wir da denn Hallo George A painting of Lord Gregory III Father to Lydia and Gregory IV Okay Gut, lesen wir mal den Zeppel 27th October 1878 The household appears to be under tremendous strain The sudden illness of Lord Gregory Harrington IV appears to be taking its toll on everyone Especially Madame Lydia She seems drained and exhausted The severity of Lord Gregory's pneumonia concerns her night and day I think she has observed the same thing I have Lord Gregory is afraid of losing more than just his life Neither him nor young Madame Lydia have any posterity to inherit Ashbury Manor With all its estates and wealth Nevertheless, we are all exerting ourselves to make sure matters run smoothly The servants are frantically trying to keep things in order While Lord Gregory's advisors are taking care of county matters Oh, how I miss the days when their father headed this household Nothing was at stake and everything seemed perfect I certainly took that time of my life for granted Wow, okay Es hat also alles hier Auch seinen Ursprung, diese ganze Villa hier, diese ganze Monsion Whatever, wie man das auch immer nennen möchte Irgendwie macht mir das Gemälde, weiß ich nicht Das Gemälde ist komisch Dunno Irgendwie ist etwas an dem Gemälde, was mir ganz und gar nicht gefällt Ich weiß nicht, was es ist Aber es gefällt mir nicht Nun gut Gucken wir mal hier weiter Vielleicht können wir den Key, den wir nicht mehr haben, irgendwo einsetzen Gut, können wir nicht Können wir hier irgendwie mit dem Stuhl Radau machen Friss den Stuhl, Gregory Hm Klappt wohl nicht Hier irgendwas What? Ah! Ah! Oh Sieh an Ich hab irgendeine Tür geöffnet Klang zumindest so Knife? A knife for cutting cheese Ich hab ein scheiß Messer Ähm What the fuck Muss nur vielleicht hier mit dem Messer irgendwie ein Gemälde Ah Hallo Ah, geh mal weg hier Okay Sieht so aus, als wir hätten meine super guten Künste Oh no! Warum zeigt der so komisch da mit dem Arm hin Hallo? Oh Gott, sind hier viele Räume Übrigens, ihr müsst wissen, viele Räume Machen mir immer pervers Angst Also, das meine ich ernst Weil da aus allen Räumen irgendwie was rausspringen kann Es ist nicht gerade beruhigend Ich will doch erst diesen Schrank schenken Mach das hier komische Geräusche Irgendeiner war da oben gerade so Okay, erst mal lesen 30. Oktober 1878 Es ist mit einem starken Herz, dass ich diese Wörter schenke Lord Gregory Harrington IV. hat weggebracht The Physicians said that his added stress about Ashbury Manor accelerated his death Why do men cling so tenaciously to their earthly cares and possessions? Madame Lydia's grief is deep Though I cannot imagine what her state would be without her dear friend Peter He has been a great source of comfort Life will be challenging for Madame Lydia now as the inheritance has fallen to her She will be instated as the Duchess of the county and owner of Ashbury Manor This evening, after most of the matters of the Duke's death were attended to Madame Lydia held a meeting with several of the best engineers and architects in the county I found this rather peculiar Heaven only knows what she has planned Heaven only news So sagt man Es geht hier oben jetzt ab Also es hat sich gerade eben so angehört, als ob hier irgendwas Abgeht Heiliwitzka Wo kommt die komische Musik hier? Ahhhh Ahhhh Oh Gott Oh mein Gott Okay, der ist also gestorben anscheinend Ahhhh Ich wusste doch, das Gemälde ist komisch Ich wusste doch, das Gemälde ist komisch Heeeh Was geht hier ab? Was geht hier ab? What the fuck? Oh Gott Was ist los mit dir? Oh Gott Oh Gott Oh Gott Gott ey, was läuft hier mit mir? Mein geistiger Zustand ist wahrscheinlich so, dass ich gleich umkippe Ähm, körperlicher Zustand Naja, mit körperlichen Hab ich jetzt nicht ganz so die Probleme Ich muss hier ganz schnell weg Oh Gott, ich kipp gleich um Oh Okay Boah Boah Was war das für ein komisches Gemälde Oh shit Oh shit Gott Ne Nicht nochmal Uff Wo bin ich denn jetzt? Ich hab die ganzen Sachen Hm Puh Ha Doch, die Story verlangt schon einigermaßen was von einem ab Kann man glaube ich so sagen Ja Gut Ähm Boah Gut Wir haben jetzt ein Seil Und damit sollten wir What the fuck Eigentlich Jetzt hier auch runter kommen Hier haben wir das Seil The part of the stable is too unstable to carry my weight Gut, ich muss mal einmal kurz auf meine Uhr gucken Ähm Ne 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 Gut Unstable Äh, ja Was ist das denn hier? I must be careful This looks stable enough Okay Runter geht's ins Basement Was uns da jetzt noch so erwarten wird Ähm Ja, ich hab schon ziemlich Schiss Muss ich zugeben Doch, doch, doch Habe ich Ja Das ist korrekt Draußen regnet es gerade Das macht die ganze Atmosphäre irgendwie nicht schöner Eher schlimmer Obwohl ich Regen eigentlich immer schön finde Aber bei Horrorspielen Äh Ne Ich glaube ich habe den Knopf auf meinem Weg runtergebracht Ich glaube ich habe den Knopf auf meinem Weg runtergebracht Okay Okay Das ist ja 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 D safety Amakah Ja Das ist ja als normal. Wir können nicht unsere Weihproduktion verlassen lassen. Douglas... Was haben wir hier jetzt noch? Hier nochmal einmal... Was haben wir hier noch? Es gibt noch eine Goste, die manor ist. Und viele, mich selbst, glauben, dass es die Goste der Duke ist. Hence, Weinproduktion ist hier nicht mehr ein Priority. Die Health von Madame Lydia hat nicht verbessert. Regardless, sie scheint zu sein, dass sie die einzige, die Dinge zusammenhängen. Although, ich denke, sie hat sogar noch gesagt, dass sie uns die Weinproduktion verlassen. Diese sind wunderschöne Zeiten für uns hier. Unsere Zukunft ist unverstanden. Ich muss sagen, wenn es nicht für Madame Lydia war, dann weiß Gott nur, was von dieser Art werden würde. Wie so eher ein Horrorspiel. Da werde ich dann eher so kleinere Folgen produzieren. 15 bis 20 Minuten sind ja trotzdem eine Menge Zeit. Also, da müsst ihr mal bedenken, das dauert auch ganz schön lange zum Bearbeiten und aufnehmen. Und hochladen. Und deswegen würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part morgen um 19 Uhr. Wir sehen uns. Und bis dann. Schaut im Outro vorbei, was ich hierfür gebastelt habe. Und... Toodaloo! Moin, moin, Leute! Ihr seid am Ende von Amnesia Key to Freedom angekommen. Falls es euch gefallen hat, würde es mir sehr viel bedeuten, wenn ihr ihm ein Däumchen nach oben gebt und vielleicht sogar einen Kommentar schreibt. Hier unten könnt ihr zur nächsten Part uns zur Playlist. An der Seite gibt es den Abonnieren-Button und die Social Networks. Wir sehen uns morgen entweder um 16.30 Uhr zu The Last of Us oder um 19 Uhr bei Amnesia. Ciao, ciao, euer Brain.